Ladies and Gentlemen, Willkommen zum Flug der Lufthansa von Haiger bis nach Karlsruhe. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug und ich hoffe, Sie haben den Weihnachtsmann rechts im Fenster gesehen, wo er die Geschenke gebracht hat. Liebe Karin, ich wünsche dir frohe Weihnachten und hoffe, du bist nicht zu einsam. Im Hintergrund siehst du den Felix, wo er gerade seinen Bauch entblößt und ihm wird ein Foto geschossen. Ich hoffe, dass du viele Geschenke bekommst und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss.